Ich komme über halb links, während ich noch die Idee gewähre. Doppelpass in der eigenen Hälfte, zwei Gegner laufen blind ins Leere. Eine kleine Quinte und das Spielfeld steht mir offen. Bin ich heute zu stark oder sind sie noch besoffen? Ich halte kurz inne, trat die Kugel weiter mit dem Außenriss. Mein fein geteilter Flankenwechsel, satte 30 Meter Mist. Oh, kommt der schön, nach und hart. Ich streichle ihn ins lange Eck, zärtlich und zack. Schalalalalala, Putenzauber, Putenzauber. Schalalalalala, das ist Putenzauber. Was für mich zählt, ist Beibesitz und der ist für mich keine Böhne. Die Grätschen der Zerstörer überspringe ich wie ne Hürde. Wenn sie mir die Chance bietet, werde ich nicht lange fackeln. Vollspann, lass die Posten wackeln, weit vor und vor. Schalalalalala, Putenzauber, Putenzauber. Schalalalalala, das ist Putenzauber. Ewig weiter Abschlag, direkt Abnahme und Trink. Schalalalalala, das ist Putenzauber. Ja, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres für mich. Ich bin ein kleiner Frau Bietven und muss ihn jetzt verabschieden. Aber ja, es gehört dazu zum Sport und ja. Ja, ich habe Geschenke bekommen, habe Andenken bekommen, habe Schals bekommen und ich glaube, man hat es gehört, dass wir so schnell wie möglich wieder sehen wollen und sehr bitter für mich. Und morgen geht es jetzt erst einmal in Richtung Italien. Ja, ich bin schon gespannt, wie es dort so ist und wie das dort runterläuft genau alles. Und ja, ich freue mich auf die Herausforderung und werde anschauen. Ich verkunde es der Mannschaft, dass sie ganz oben dabei sind und dass Ende der Saison wieder in Teller in die Höhe stellen können. Vielen Dank.